Wie geht es euch? Dann nehmt ihr Platz bitte. Ja, wie immer brauchen wir die Bibel, die wir Ihnen heute wieder mit lesen. Ja, dann sucht euch bitte schon das Buch der Psalmen, wir lesen bitte Psalm 139. Frau Lerner, bitte 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 Lerner. Wow, oh, 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 oh. Come on, wow. Wow, oh, 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 oh. Stell dir vor, ja, weisst du? Ah! Stell dir vor, das ist die scheisse Sandplatte, yo. Mit dem einen Feuer, mit dem Mittelmeer im Hintergrund. Mit dem einen vollen Posen und ein kleines Sound. Mit dem einen Tattoo am Arm und der Rosenkranz. Stell dir vor, ich würde neben mir im Sand hocken. Ich habe zwei Gläser Schluck nehmen, aber ich wollte zuhören. Ich würde schmunzeln, er ist kleiner als ich dachte. Ich habe mit meinen 1.90 und er hat ca. 1.8. Keine Sandalen, alle mit Kleid verschwunden. Let's... Rain!